Die Welt braucht Politikerinnen, die sich für globale Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Die Welt braucht mehr Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, für die Nachhaltigkeit ökologische und soziale Dimensionen umfasst. Die Welt braucht Journalistinnen, die über menschenrechtliche und ökologische Missstände berichten. Die Welt braucht Politikerinnen und Politiker, die sich für den schnellen Ausbau von erneuerbaren Energien einsetzen. Die Welt braucht digitale Technologien, um nachhaltige Aktivitäten zu messen und skalierbar zu machen. Die Welt braucht mehr Landwirte und Landwirtinnen, die unsere Böden durch den Anbau von Mischkulturen schützen. Die Welt braucht Baumpflegerinnen, die Wälder aufforsten. Die Welt braucht Politikerinnen, die sich dafür einsetzen, dass die nachhaltigste Entscheidung auch die finanziell günstigste ist. Die Welt braucht Unternehmerinnen, die zirkuläre Geschäftsmodelle implementieren. Die Welt braucht mich, weil ich versuche Dinge zu reparieren, bevor ich neue kaufe. Die Welt braucht Bürgerinnen, die ihr Erspartes in nachhaltige Geldanlagen investieren. Die Welt braucht mich, weil ich mich beim Einkaufen für die nachhaltige Variante entscheide. Die Welt braucht mehr Menschen, die miteinander teilen. Die Welt braucht mich, weil ich als Vegetarierin den Lebensmittelkonsum revolutioniere. Die Welt braucht Bürgerinnen und Bürger, die wissen, wie man Müll richtig trennt. Die Welt braucht meine Freunde, weil sie beim Autofahren vom Gas gehen. Die Welt braucht mich, weil ich Unternehmen dabei helfe, jeden Tag ein Stück nachhaltiger und sozialer zu werden. Die Welt braucht uns, damit wir eine Zukunft für Sie mit uns erfinden.